Hast du eigentlich gewusst, das Ganze in dir in 5 Uhr geile Bumse? Ah, du möchtest zum Fenster schauen? Dann musst du sehr schnell mir zuhören. Es gibt jetzt ein neues Himalaya-Salz, es hat auch süße Nuance. Kann ich überspringen? In 3 Sekunden ist es perfekt für jedes Gericht und ich würde dir ans Herz zeigen, das Salz... Hey, psst! Willst du einen Niven oder ein Herz kaufen? Kostet du 10 Bitcoins? Ja. Jetzt ist der Artikel fertig. Stopp, stopp! Bevor du lesst, wäre es schöner, mir noch ganz kurz ein Schreibbuch zu geben. Hast du es durchgelesen? Ja, es war schon schlimm. Übrigens, Prince Harry hat ein Baby geboren. Rote Haare hat es, 2,3 Kilo schwer. Eine Birre? Dann könntest du dich vielleicht auch für das interessieren. Bananen? Oder vielleicht ein kleines Äpfel? Trübel? Wie wäre es mit Viagra? Hey, hast du gewusst, dass in dieser Region mindestens 5 Bumsfideli Spritzhälscher darauf warten, und sie lernen zu kennen? Melde dich doch mal! Die haben doch eigentlich schon entschieden, wenn wir in die Ferien gehen? Nach Mallorca. Aha, nach Mallorca! Mit dem Flugzeug denken und dem CO2-Ausstoss. Und wieso eigentlich Mallorca und nicht Paris? Rassistisch sein! Was ist das? Ja, das ist ein ganz klarer Fall. Das ist entweder Cholera, PESCH oder Krebs-AIDS. Du, bevor du die höchste Artikel liessest, könntest du etwas für unseren Journalisten hier lassen? Wir müssen auch von etwas im Leben sagen. Du darfst übrigens gerne auch eine Jahresmitgliedschaft abschliessen, wenn du willst. Danke schön! Danke schön!